Zum Modelljahr 2017 renoviert KIA das Modell Optima Plug-in Hybrid umfangreich. Das Hybrid-Modell mit Steckdosenanschluss hat eine rein elektrische Reichweite von bis zu 54 km und mobilisiert eine Gesamtleistung von 151 kW, 205 PS. Serienmäßig ist der Optima Plug-in Hybrid mit LED-Scheinwerfern, 8 Zoll Navigation, Premium Soundsystem, elektrischem Fahrersitz, Klimaautomatik und SmartKey ausgestattet. Das 7 Jahre KIA Qualitätsversprechen gilt auch für die Batterie. Gerade im niedrigen und mittleren Drehzahlbereich profitiert der zwar 156 PS starke Benziner von seinem elektrischen Schrittmacher. Dieser direkt einspritzende Primärmotor ist nämlich nicht der ausgesprochene Drehmomentmotor, aber ihm verhilft die Elektrohilfe zu sehr akzeptablen Fahrwerten. Angenehm gestaltet sich die Kopplung mit dem 6-Stufen-Wandlergetriebe, die die Schaltvorgänge sanft begleitet und damit Drehzahlorgien vermeidet. Spürbar ist dieser Hybridantrieb eigentlich nicht, weil die Übergänge zwischen den Antriebsarten akustisch wirklich minimiert sind. Spürbar ist dieser Hybridantrieb. 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 Vielen Dank.